Martin Künzle, Schweizer Cheftrainer. Wie ist der erste Eindruck nach dem Wochenende von Oberstdorf und jetzt hier von der Qualifikation gestern zum neuen Regelwerk? Hat das Zukunft? Ich denke schon. Man hat gesehen, gestern hat es sehr gut funktioniert, weil die Jury war auch darauf vorbereitet. Ich finde es sehr gut, wenn der Anlauf nicht zu stark gewechselt wird, dass er wirklich auf die Besten ausgerichtet wird und dann nur im Notfall für die Besten dann auch verändert wird. Und das hat in Oberstdorf nicht so ganz funktioniert, aber die Jury ist ja auch da, um zu lernen. Das heisst, nach der Quali gestern sieht es schon besser aus mit dem Eindruck auf jeden Fall? Auf jeden Fall, ja. Ich hoffe, es wird auch so jetzt für den Wettkampf. Es ist wirklich der beste bestimmte Anlauf und dann wird auch ein Wettkampf so durchgezogen. Okay, vielen Dank und viel Erfolg heute. Dankeschön. Bitte, bitte.